so leute ich hatte euch willkommen zurück die schlacht von kursk da haben wir einiges vor uns dass das da rein riecht nach so einem katze maus spiel hier wieder so dann machen wir erst mal das hier schön raus mit ihr die stücke erledigt den rest 37 machen wir das dann holen wir hier die stücke dass wir hier ein bisschen rein kriegen ich komme nicht ran gibt es denn hier kein flugfeld natürlich nicht ok dann machen wir hier weiter ja 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hmm So, jetzt müssen wir uns hier Stück für Stück durchschlagen So, jetzt müssen wir uns hier So, jetzt müssen wir uns hier so luftwaffe ich muss mal was gucken gegnerische luftwaffe hier irgendwo es ist nicht mehr viel das ist halt dieser verdammte norden da wo mir richtig auf den senkel geht damit so wir machen hier wir machen das wir machen das hier und wir machen das ja da fangen wir schon mal an den runter zu schießen so ja sehr schön so überall hier alles vermieden da kriegst du diese truppen fast nicht durch so hier oben das passt aber jetzt ich will jetzt echt diese luftwaffe da wegkriegen das darf doch nicht wahr sein es ist echt ein ärgernis hoch 10 jetzt komme ich da nicht ran ok da machen wir es erst mal den dann ist der weg der wird nicht mehr repariert der ist geschichte futter kanaloni wie auch immer ich ahne bürde dass hier unten noch eine nächste armee steht ich ahne es danke sehr komm 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 ja sehr schön wunderbar eher weniger wunderbar ich habe befürchtet dass da noch irgendwas ist das ist ein flugplatz nachher gut so so hierhin 15 sehr schön gut der ist eh komplett abgeschnitten ich meine da passiert jetzt nichts mehr klar kann jetzt hier noch auf die nerven fallen 1 4 so in der nächsten rund haben wir den dann auch stück ja der würde sich stucke hat jetzt auch noch dran salieren aber ich glaube dass der von dem flugfeld hier kommt deswegen riskiere ich jetzt einfach es könnte es jetzt jedoch gewesen sein die linie hier ganz gut das hier bedeutet nichts gutes es ist meistens so ja 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 212 12 okay wir lassen das hier so das passt 1 4 so was haben wir vergessen ja der bleibt bleibt auch passt mal gucken das wahnsinn braucht fast für so ein zug 10 15 minuten es kommt immer darauf an ja es war mir so klar waren wir so klar 5-5 ok ich komme hier einfach nicht durch ok du mal hierhin wow ok das war gut ja das flugfett hier könnte hier sehr nützlich sein das brauche ich auf jeden fall so du kommst hierhin wunderbar machen wir jetzt mal hier richtig druck das läuft doch jetzt hier ganz gut an jawohl wunderbar so wow gekillt perfekt ähm du hier drauf ja wir riskieren das jetzt mal machen aus dir ne pack sehr schön ähm dann kommst du jetzt hier hin so du deckst das hier ab hoffe dass das passt die stücke oh ja oh ja das war gut das war mal richtig gut sehr gut so die stücke ja das können die jetzt gleich alleine halt erledigen das flugfett da oben wäre auch eine idee zu holen ja das wäre sogar eine gute idee müsste man das hier machen okay so ähm deck den und der bomber auf das flugfett kriege ich dich glaube den anderen nachher drauf genau so der ist ja hier gedeckt ich habe gedacht er schwächt ihn aber ne bist okay anscheinend haben wir jetzt die armee da unten zerlegt na das ist doch mal sehr gut und pass auf muss man erstmal den hier weg nein das war doch so 05 sehr schön 05 sehr schön na komm schon geht doch das wird der einzige noch sicher so du hier hin ja die bomber hätte ich gerne hier noch weil ich nicht weiß was mich jetzt hier noch erwartet mann 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 na also puh mann 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 wir holen den flugplatz hier und vielleicht ist er hier doof und rückt hier einfach raus Ja, sehr schön. Perfekt. Hier hin. Hm. So, sehr schön. Und du kommst hier hin. Hm. Wir sind jetzt wieder fit. Da oben haben wir eine gute Infanterietruppe. Die passt auf, dass nichts passiert. Na gut, kann man machen. Aufklärer. Das ist schon... So. Jetzt mal hier eine Infanterie hinsetzen. Hier eine Infanterie, machen hier die Wege zu. Die Infanterie nachher hier hin. Eine Infanterie hier hin. Und dann hier zwischen brauche ich zwei, drei Panzer und eine Panzerabwehr, die eine oder andere Artillerie. Die haben wir ja unten. Dann sollte da unten auch der Gegenangriff mich jetzt nicht mehr groß interessieren. So, go. Oh, schade. Der ist auf drei. Das ist ein Riesenproblem. Oh, shit. Der ist auf drei runter. Oh, Mann, Mann. So, Leute. Ja, dann mache ich hier nochmal einen Cut. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann geht es weiter mit der Schlacht von Kursk. Bis dann und ciao.